Hallo? Na du alter Fettsack, wir bräuchten da eine kleine Auskunft. Was ist denn los? So eine Wande von Witzbeuten hat sich in unserem Revier breitgemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist, dann können wir Ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Paulie. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terranova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß dich von mir, Paulie. Danke, Biff. Du hast was gut. Wir müssen los. Klar. Macht's gut, Jungs. Tschööö. Ist auch ein ganz schönes Knollengesicht, der Biff. So, wo müssen wir hin? Ach, ist ja gleich hier drüben. Das ist aber schön. Ach, komm, wir fahren, Paulie. Los. Ich hab keine Lust zu laufen. Andere Seite. Und los geht's. So, da fahren wir die zwei Meter noch. Und können dann erstmal uns einen richtig schönen Auftritt hier liefern. Da kommen wir richtig in Actionreich dann dort an. Weg da, weg da, weg da. So, da sind wir gleich erstmal richtig Eindruck. Und wer hat die noch, äh, so uns gottgleichen Leuten rüberschauen oder aufschauen und geblendet sind von der Pracht unseres Wagens, da haben wir sie schon niedergeknüppelt oder sowas. Ich weiß auch nicht. Ich, Quatsch, Unsinn. So, herum. Hinfort. Na, aber. Dass sie jetzt auch erst, halt, ich glaub, ich bin ja irgendwie grad falsch abgebogen. Dass sie jetzt aber auch wirklich erst hören, wenn sie hier schon... Oh, ich bin dämlich. Wir müssen von der anderen Seite aus ran. Dass sie jetzt aber auch wirklich erst hören, wenn die erst fünf Minuten... Anhalten! Nicht aufhalten! Ja, ja, Quatsch, nicht blöd. Ich muss hier um die Ecke. Weg, weg da. Halt die Klappe. So, ich muss noch hier rum. Quatsch, falsche Taste. Zurück, zurück. Da war es. Halt die Klappe. So, wir müssen nämlich, glaub ich, hier durch, oder? So, halt nochmal an. Oder irre ich da? Ich glaub ich irre. Na toll. Aber laut der Karte ist doch hier ein Durchgang. Oder kommen wir hier rein? Nö, das sieht nicht so aus, nee. Okay. Ach, verdammt. Dann doch von der anderen Seite. Das sah aber gar nicht so aus, als ob man da irgendwie reinkommt. Gut, dann haben wir einmal sinnlos hier eine Runde gedreht. Auch egal. Was soll das? Du bist vorbeigefahren. Halt die Klappe! Ich fahr da schon wieder los, Mensch. So, dann verweilen wir noch mal da hin. Anhalten! Ach, halt doch die Klappe. Mensch. Drum mache ich meine Missionen lieber alleine, weil du nervst. So, es sind die Kameraeinstellungen. Du bist vorbeigefahren. Halt die Klappe! Mann! Die Kameraeinstellung ist aber auch so beschränkt, wenn man hier zur Seite gucken will. So, hier müsste das doch sein, oder? So. Und jetzt halt, ja, die Klappe. Ich glaube, wir sind da. Ja, ach. So, dann auf das Ding. Ja, ja, ist ja gut. Schauen wir mal, wie weit wir kommen ohne Ballerei. Kuckuck. Ach, die kennen wir doch. Erteile den Bastarden eine Leere. Zack, auf die Fresse. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ups, Verzeihung. Der quiekt wie ein Schwein. Ist sehr süß. So. Ach, die hier. Ach, Mensch, Pauly. Geh mir doch nicht jemanden weg hier. Ach, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel hier. Mensch, Pauly. Geh doch mal weg. Ach, dieser Kerl geht mir auf den Kekse. Mann, 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 Mann. Das war ja gar nicht mal so schön hier. Und Pauly ist quasi tot. Das ist ja super. Das kann ja nur toll werden. So, und ich nehme jetzt mal das Brecheisen. Das hat zwar nicht so eine Reichweite wie der Baseballschläger, aber zieht dafür, glaube ich, mehr durch. Schauen wir mal. Na, alles fit? Ja, ich bin später. Ach, schade. Ist hier noch was? Nö. Kommst du? Ja. Weiter geht's. Hallo. Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Hättet sich tot jemand was gegen diese Schweine. Ach, du bist ein Guter. Weil einer von den Wängeln wohl der Sohn von einem hohen Tier am Rad aus ist. Ja, ist mir doch egal. Haben wir was? Nö. Oder haben wir hier... Ich bräuchte mal Heilung für Pauly irgendwie. Das wäre sehr geil. Ich glaube, wir müssen da durchgehen, oder? Egal. Ich will erst mal oben gucken. Ist hier irgendwas? Das ist doch bestimmt nicht umsonst so gemacht, oder? Weg da. Hm, nee. Ich glaube, wir kommen ja bloß wieder raus. Gut, wir gehen einfach mal hier durch dieses Tor. Ach, wir kommen ja in der erste Woche. Da müssen wir wahrscheinlich den Weg nehmen. Und jetzt fängt das auch noch an zu pissen hier. Mann, 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 Mann. So. Auf zu neuen Schandtaten. Ja, da steht schon der erste. Hallo. Wie soll jemand eine Abtreibung? Hey, Tom, die Typen haben Kanonen. Okay, vergiss die Weltwortpflege. Jetzt wird's ernst. So, dann hast du dich. Und hier war noch einer. Wo ist denn der hin? Ach, da. So, schön hinten rücken. Ja, das da. Dankeschön. Oh, ich bin so schlecht im Zielen. Gut, dass die noch schlechter sind im Zielen. So, hast du noch was für mich? Baseball, ja, super, ein Baseballschläger, ganz toll. Weg damit. Ich will hier, ja, Colt Detective Special nehmen wir die mal. Schön nachladen. Und dann geht's los hier ums Eck. Schauen wir mal. Ah, da ist doch schon wieder einer. Maß nehmen. Irgendwie bin ich so ganz schlecht im Zielen. So, das müsste es doch schon für den gewesen sein, oder? Ah, müsste mich die verarschen. Wie viel hält der denn aus? Das sag mal. Na, super, in den Kopf. Oh, ich bin so schlecht und ich bin so tot schon wieder fast. Das sehe ich gerade. Hier, nimmst du mal? Sehr gut. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und Pauly sieht auch nicht besser aus. Shit. Gut, das war's für den. Noch mal nachladen. Ach. Keine Muni mehr. Na, super. Na, Pauly, du blöder Bastard. Ach, nee. Ja, leck mich doch am Arsch, du blöder Penner. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, komm, leck mich hier. Ach, kann man nicht wegdrücken. Na, super. Boah, ich könnte kotzen. Da komm ich schon halbwegs durch und dann rennt mir das dumme Arsch, Pauly, hier voll rein. Sehr gut. So, ist hier noch was? Nö, weiter. Diesmal etwas fixer, hoffe ich doch. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich mach euch fertig. Ja, alles klar. Der Typ mit den Fäusten, der macht mich hier nieder, oder was? Drauf da. Aber ganz fix. Ja, sag mal. Könntest du... Sag mal. Was steckt denn der Typ ein? Ist das denn wahr? So. Wenigstens sieht Pauly diesmal ein bisschen besser aus. So, dann können wir den Colt schon mal ausrüsten. Und weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Die Mission nervt mich jetzt schon. Aber nicht, weil ich draufgehen könnte, sondern weil Pauly hier schon wieder so... Na, ach. Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Endlich tut jemand was gegen diese Schuhe. Ja, 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 ja. Wir tun schon was. Da rennt der Arsch mir echt genau ins Kreuzheuer rein. Also, das ist doch echt bescheuert. So, Draht von Ersten. Komm her. Das ging easy peasy hier. So. Muni her. Gib her. So, mal nachladen. Ja, halt mal die Stellung. Ach, nee, okay. Kommt schon wieder. Pauly. Wagt es dir mir ins Feuer zu rennen. Ja, kommt der Action-mäßig angerollt. Supi, supi. Das lief ein bisschen besser als vorhin. So, nehmen wir das alles noch mit. Ja, ich will nicht gerade eine Waffe mit einem Schuss bloß haben hier. So. Mal nachladen. Sechs Schuss. Okay. Na, warte. Komm raus, du feiges Schwein. Wow. Was? 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 Nein. Ach, komm. Ah, das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Was zur Hölle? Der Vogel, der steckt so viele Schüsse weg und ich bin einem Schuss tot? Was ist denn das für eine Verarsche? Ach, Mann. Dass man aber auch jedes Mal diese Scheißschlägereikacke nochmal machen muss, das nervt mich. Ach. Ach, Mist. Ja, super, toll. Ganz große Klasse. Und weiter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Mann. Mann. Ja, lauf mal ein Stück zurück, Mann. So. Ach, ist es denn wahr? Was steckt der denn weg jedes Mal hier? Das ist doch nervig, eh. Komm schon. Triff den nochmal. Mensch. Das ist doch nicht zu fassen hier. Ach, diese Prügelkacke hier jedes Mal. Das ist doch bescheuert. Ich bin so geringfügig angefressen gerade. Das nervt mich schon ziemlich. Hüpf. So, das war's für dich. Ich bin so geringfügig angefressen gerade. Und du? In die Fresse. Ja, aber steht natürlich noch, ist klar. So. Schnauze voll ja mit euch. Ich lass mich da nicht verarschen hier. So, Messer. Willst du mich verarschen oder was? Haben wir hier noch eine Waffe? Nee, das war bloß irgendwelches Grünzeug. Colt Detective Special. Colt Detective Special. Super. Dann rüsten wir die gleich mal aus. Denn da haben wir mehr Schuss für. Hast du? Hast du? Schön. Ich schnauze Vielen Dank.